Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die in der 1.0. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, ihr seht, hier ist ein bisschen leer. Ich habe heute Nacht mal ein bisschen was gearbeitet. Was gehört noch Schreierin? Ne, okay. Ich habe heute Nacht ein bisschen was gearbeitet und zwar, ich habe die Chemiestation gebaut. Ich habe Sprit gemacht, deswegen können wir das hier einlösen und das hier einlösen und habe Sprit gemacht und habe auch noch Ölschiefer gesammelt. Das haben wir alles gemacht und habe den 4x4 Truck gebaut, den wir uns gleich anschauen werden. So, ich gucke gerade, jetzt haben wir hier alles so ziemlich eingepackt. Hier haben wir auch alles eingepackt. Ja, hier sind noch Pilze, komm, egal. Ähm, ja, ich habe mich gestern nach der Folge noch ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, also habe ein paar Sachen gesehen, die mich dann noch ein bisschen mehr angemacht haben. Das hat sich jetzt falsch angehört. Ich habe einen besseren Platz gefunden. Ich habe einen besseren Platz gefunden, wo wir unsere neue Base bauen können, beziehungsweise wo wir eine kleine Übergangsbase machen können. Und da fahren wir jetzt hin. So, da fahren wir jetzt hin und kümmern uns um die ganze Geschichte. Äh, und zwar habe ich es auch Übergangsbase genannt. Da fahren wir jetzt hin. Und zwar, hier ist eigentlich die Base gewesen, äh, der Platz gewesen, wo wir bauen wollten. Hier oben ist so eine kleine Hütte, die würde ich als Übergangsbase nutzen. Und dann hier vorne ist so ein Fleck, so ein richtig schöner Platz, wo wir eine schöne Base bauen können. Wir verlagern das da rüber. Hier ist auch der Bob, nur dass ihr Bescheid wisst. Und hier ist er. Hier ist das Ding. Hier ist die geile Hütte. Ich habe jetzt bis jetzt nur die Spritsparmod rein, mehr habe ich jetzt noch nicht rein. Nicht mal Sprit. Also von daher. Ja. So. Zack. Nochmal zack. Und das Ding ist halb voll. Willst du mir rollen? Alter. Okay. Leck mir die Füße. So, und wir müssen in die Richtung. Coco Gacetto Turbo. Motorrad habe ich auch eingepackt. Fahrrad ist auch mit drin. Minibike glaube ich nicht. Egal. Wir fahren da rüber. Clearen das Gebäude. Setzen den Gebietsschutzblock. Machen unsere Sachen da rein. Bzw. wir könnten ja nicht auch nur einen Schlafsack setzen. Vorerst mal. Zecken uns da rein. Machen sie uns ein bisschen glücklich. Bauen ein paar Sachen auf. Schmeißen einfach alles irgendwo rein. Und dann. Vorsicht. Boah, halbier. Okay. Um dann. uns zum Basebau vorzubereiten. Beziehungsweise um da gemütlich unser Base zu bauen. Um da nicht abgelenkt zu werden. Ich habe die Zeit auch mal von 60 auf 90 Minuten gestellt. Damit wieder auch genug Zeit haben. Und nicht so die Tage ins Land gehen. Ich habe jetzt nur ein bisschen was gemacht. Und zack, bumm. Ist schon hier fast ein halber Tag. Oder ein dreiviertel Tag eigentlich schon wieder rum. Von daher habe ich es mal auf 90 gestellt. Ich lasse jetzt erst mal auf 90. Wenn es wirklich hart auf hart kommen soll. Kann ich es auch nochmal zwischendurch auf 120 stellen. Pünktlich zur Horde. Weiß ich noch nicht. Ob ich es dann auf 90 lasse. Oder ob ich es dann wieder auf 60 stelle. Müssen wir mal gucken. Wie ich Bock drauf habe. So. Wurde gestoppt. Scheiße. Wir müssen echt mal gucken. Aber krieg mal hin. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin hochmotiviert. Der 4x4 ist auch hochmotiviert. Er ballert hier durch die Gegend sehr gut. Vom Spritsparen geht es auch. Wir fahren eigentlich nur gerade aus. Einzige was halt wirklich schade ist. Dass die Horde Base ein bisschen weit entfernt ist. Aber vielleicht können wir ja dafür sorgen. Dass die Horde Base mit uns umzieht. Zumindest wir da eine neue Horde Base. Huch. Eine neue Horde Base machen können. Oder sowas in der Art. Wir schauen mal. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall habe ich richtig Bock umzuziehen. Mal ein bisschen was Neues. Von daher könnte eine geile Geschichte werden. Das Häuschen ist einfach so ein kleines schnuckeliges Häuschen da oben. Das langt auch vollkommen. Einfach nur für den Übergang. Und dann bauen wir uns da was richtig Schönes zusammen. Bin mir noch nicht so sicher wie. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich habe da Bock drauf. Mit euch zusammen da sowas Neues zu bauen. Vom so weit oben. Da bist du halt wirklich nur von einer Seite können die Viecher kommen. Von allen anderen Seiten bist du relativ geschützt. Da wäre ja eigentlich der Vorsprung gewesen, wo wir ursprünglich gemeint hätten. Wir könnten ja mal ein bisschen gerade hier an die Wüste machen. Aber wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach links. Und sehen auch schon hier diesen Vorsprung. Dieser Vorsprung hier. Direkt hier links an der Kante. Da führt auch eine Straße runter. Da können wir es uns richtig schön gemütlich machen. Immer wieder sie hochgräbt hier die Maschine. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Genau. Und dann latschen wir praktisch hier rüber. Und hier. Hier soll dann praktisch die neue Bleibe entstehen. Jetzt habe ich hier nur ein Problem. Ein richtiges Problem. So. Lass mal eine Kiste bauen. Die stellen wir jetzt einfach mal dahin. Die nehmen wir sicher jetzt einfach mal raus. Ich habe Angst, dass irgendwas kaputt geht. Dann sind wir da wenigstens noch safe. Wir essen nochmal was. Was brauchen wir für einen Schlafsack? Schlafsack brauchen wir zehn Pflanzenfasern. Einen Schlafsack fertigen. Das zeigt nichts an, ne? Oder so ein bisschen, ne? Nichtsdestotrotz, wir können ja einen Gebietsschutzblock dann bauen. Oh. Sorry. Wenn es natürlich jetzt hier so eine fette... Bunker unten drunter hat, wäre es natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber... Na klar, das... Ruhig wieder rumschreiß. Aber die hat Bums, die Knarre, ne? Selbst den mit zwei Schüssen. Okay. Was ist hier los? Oh, der tut so. Können wir so gut schleichen? Ne. Okay. War ja klar, dass du hier gleich wieder angeschissen kommst, Franklase. Du auch. In den Arsch, mein Freundchen. In den Arsch. Quer. Warst du schon? Okay. Oh, Crackerbuck. Sei gut. Weg mit dir. Was haben wir hier Schönes? Nur Scheiße. Sehr schön. Wir looten doch einfach nur, weil wir was können. Huch. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich gleich einen Gebietsschutzblock bauen. Sie können ja, glaube ich, vier, drei oder vier Stück. Wir haben jetzt zwei. Gut, wenn jetzt notfalls wirklich zu Hause der Gebietsschutzblock wegfällt, ja, meine Güte, dann. Traurige Geschichte. Hier sind noch zwei Roste. Das ist auch sehr gut. Dann soll es letztendlich so sein. Sieht man es jetzt? Ja, ich habe gehofft, dass es mehr, aber gut, passt. Einwand frei. Lass uns mal kurz auf die Map gucken. Ist trotzdem noch da, der Gebietsschutzblock. Oder ist es nur der Schlafsack? Cordabase hat auch noch einen. Ja, okay, passt. Einwand frei. So, dann werde ich noch kurz hier durchlooten. Sehr schön. Komm, kann man behalten. Kann man auch behalten. Dann. Machen wir hier ein bisschen Platz. Damit wir hier unsere Gerätschaften aufstellen. Machen wir einfach gleich hier vorne fertig. Machen wir gar nicht lang rum. Gut, das Licht lassen wir an. Holzkisten. Machen wir mal drei Stück. Kommen wir die gleiche rein. Sehr schön. Und dann werden wir schmelzen. Schmelzen. Werkbank. Dich. Chemiestation. Gott. Bin schon blind. Hab ich nicht irgendwas raus aus der Schmiede? Ein Blaseball gesehen gerade nicht. Bin gerade blind. Ach, keine Ahnung. I don't know. So. Weg, Schmiede. Schmiede passt nicht hier hin, weil das ein halber Block ist. Neck. Okay. Sehr gut. Ja gut. Ähm. Die Geschichte schon mal. Dann. Chemiestation. Passt auch wieder nicht hier hin, weil. Weg. Oder soll ich die woanders hinstellen? Die passt eigentlich eher hier, ne? Sehr gut. Chemiestationen passieren. Was denn jetzt? Wüstensturm. Zack. 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 Ähm. Stein brauchen wir definitiv auch noch mal ordentlich. Das Gute ist, ich hoffe nur, dass die sich hier nicht so schnell hierher verehren werden. Zack. 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 Warte, du kommst hier raus. Hier kommt die Lehngeschichte rein. Hier kommt die Geschichte rein. Die Werkbank. Kann man hier reinschmeißen? Was ist hier hin? Nein, weil es ein Haltblock ist, ne? So sieht's auch kacke aus. Ja, ne? Träuge Geschichte. Ist ja nur professorisch. ist ja nur professorisch. So, einfach, dass die Geschichten hier mal reinkommen. Ähm. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ähm. Am, am, am. So. Dann brauchen wir trotzdem... Vor allem gerade bei dem Wetter. Gerade bei dem Wetter. Kommt die Geschichte rein. Sehr schön. Jetzt haben wir die Haar geschnitten. Und dann können wir dich... wieder wegmachen. Oh Gott. Hard überladen. Soll ich mal essen und trinken? Wäre ich mal hier reinschmeißen. Ich versuch's zumindest. Ich versuch's zumindest. Zack. Eilo. Ne, dich nicht. Dann Lagerfeuer. Lagerfeuer herstellen. Okay. Was ist hier noch rüber? Was ist los mit euch? Du auch. Die Geschichte. Dann... Hier geht's unten weiter. Dann... Du... Ähm... Halt. Das hier auch. Dann... Du... Du, du... Und du... Ne, du... Kommst hier hin. Kommst hier hin. Kannst da oben drauf. Sehr schön. Dann kommen die Gitter hier rein. Du hier rein. Die Gitter haben wir jetzt erst mal nicht. Traurige Geschichte. Das soll jetzt erst mal so. Und warum du nicht läufst? Das ist ganz einfach, weil nix drin ist. Habe ich so verstanden. Du kommst auch mit hier rein. Du kommst hier rein. Du kannst hier bleiben. Das kommt dann alles ins Motorrad. Ähm... Ja. Und das ist der letzte Schmuh. Zack. Zack. Du kommst hier rein. Du kommst noch hier mit hin. Also es geht maximal drei. Habe ich verstanden. Ciao. Und dann... Bist du auch schon wieder leer. Sehr schön. Haben wir da alles schon mal hingekriegt. Wir können hier gleich eine Betonmischung anschmeißen. Wir brauchen auch definitiv noch Stein. Das ist die falsche Schmiede. Wir brauchen auch definitiv noch Stein. Aber den Stein schmelzen wir erst mal hier ein. Komplett. Genau. Die Chemiestation können wir gerade mit machen. Dafür müssen wir Öl-Ski-Verfahren gehen. Haben wir zufällig Glück. Halb zumindest. Hier steht ein Auto. Und Schiefer hier oben wäre natürlich geil. Gut so viel Glück haben wir natürlich leider nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Hier, trink mal ein. Steht sich um deine Ausdauer so bescheiden. Ist aber okay. Zack. Das können wir auch noch gebrauchen. Sehr schön. Hier ist auch noch eine Kühltasche. Mit einem Wässerchen. Hier ist ein bisschen Stein. Hier ist halt auch geil, ne? Ist schon eine geile Sache hier, ne? Ist schon cool. Sehr gut. Hier wäre halt auch ein cooler Fleck, ne? Ne, das ist kein Bob. Das ist schon wieder eine neue Stadt. Die Stadt ist hier. Und hier ist nochmal, uch. Hier ist nochmal eine kleinere Stadt. Und da hinten ist Wasser. Da ist Mapende. Ich bin schon weiter hochgegangen, ne? Hier ist schon Schnee. Ne, wir gehen da vor. Wir gehen da vor. Hier in die Ecke. Da können wir auch gleich mal. Gleich mal ein bisschen anfangen. Alles soweit steht ja. Dann können wir schon mal mit dem Anzeichnen anfangen. So, Jukka. Zack. Dann haben wir ein bisschen Blei gefunden. Torot steht auch hier. Die Ausflüge bereit. So, die Geschichte. Das läuft. Hier haben wir erst mal keinen Bedarf. Betonblöcke. Ne, erst mal nicht. Klebeband, Pflasterstein. Ja, Abgewehrstufe 4 wäre schon geil. Aber wir haben natürlich schon Unterheber. Repetiergewehr. Haben wir noch irgendwas? Quests haben wir ja welche abgegeben. Da könnte man bestimmt gleich was bekommen. Punkte haben wir keine. Ne. Die Geschichte haben wir hier. Haben wir aufgewertet. Ne, dann haben wir erst mal alles. Dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an. Ich werde dann nach der Folge... Aua! Ich werde dann nach der Folge... Weil ich jetzt sagen muss, dass da vorne der Platz fast noch besser ist als hier. Hier ist die Aussicht schöner. Hier ist durchaus die Aussicht schöner. Wenn ich hier schon wieder so ein Sandsturm kommen würde. Doch, ich möchte eigentlich fast hier bohren. Achso, hätte ich noch eins höher bohren müssen vielleicht. Nee. Er hat doch schon, ne? Ich will ja eigentlich schon... ...ein bisschen höher kommen. So. Soll ja ein bisschen auf Stelzen sein. Okay. Die Geschichte... ...und dann... ...müsste eigentlich eins hier rüber gehen. Weil er schon sehr an der Kante hier ist, ne? Egal. Wenn ich buddeln mal unten noch ein bisschen frei... ...und dann gehen wir... ...und dann gehen wir... ...eins, zwei, drei... ...fier, fünf... ...eins, zwei... ...eins, zwei... ...drei... ...eins, zwei... ...ja, sportlich, ne? Alter. Vier... ...fünf... Ah, Lichtgrad... ...nein, nicht bräuchten wir... ...ja gut, da gibt's eine einfache Tür, scheißegal. So, vollkommen bumms. Eins... ...eins... ...zwo... ...drei... ...vier... ...och die Maus. Was denn jetzt? Fünf... ...eins... Ach, das ist wie bei Minecraft. ...zwo... ...drei... ...vier... ...fünf. Boah, alter. Das ist... ...too much, ne? ... ...okay... ...da müsste ich... ...die Blöcke hab' ich raus, ne? Rand theoretisch könnte ich ja schon die Blöcke aus... ...die Fläche an sich langt ja. Ich überleg' echt nur, ob ich hier noch eins weitermach. Wenn ich hier zwei Einstiege hab'. Also ein zweier... ...zweier Eingang. So mein' ich das. Jetzt bitte nicht runterfallen. Das wäre nämlich wahrscheinlich... ...nicht mal mal ein... ...nicht... ...nicht mal mal ein Beinbluch? So die Geschichte. So. Aber ich werde jetzt mal... ...Beton holen. Eine Schlange Ich hab's gewusst Ich wollte es ja ex vorher, aber dann Was willst du machen? Ist halt ein besonderes Kerlchen So, geschmiedeter Stahl, Zement Dann Geschossspitzen Patronenhülsen Kleber, Klebeband Mehr können wir hier erstmal nicht machen Dann kommst du weg, du hin Ja, doch Ich überlege nur, ob ich vielleicht unten Die Stützen Hier so Viererstützen machen sollen Also nicht hier die Jetzt überlege ich eh, wenn ich einen wegmache Ihr wisst schon, die Ähm Wöffel, Viertel, Mittig Ne, da war's nicht Ah, Quatsch Da war er Ja, das ist scheiße Ah, ich hab's auf was gedacht Umsonst angezeichnet Jetzt weiß ich nur noch mal wie es war Zack, 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 zack Also hier, ja, hier Scheiße, eins da weit drüben, oder? Äh, ich muss eh nochmal neu machen dann Egal Komm Dann er hier Hä? Scheiße, ich hab's genau falsch gemacht, ich hab's ne? Er hier Und er hier Und er hier Ah So viel Holzverschwendung So Und dann muss der hier Hier hin Äh, hier muss ich hin Gut Dann müssen wir den hier Advancen Meine Güte Eins, zwei Eins, zwei Genau Und dann brauchen wir den hier Den hier Einfach nur für die Stabilität Dann den hier hinten Aber bist du irgendwie blind, oder? Ah, nee, ich bin blöd, ne? Nicht er, sondern ich bin der Dumme Zack So, dala Die Geschichte Und dann kommen jetzt Die großen Blöcke drauf Das hier ist die Mitte Alter Jetzt hab ich gedacht Hier kommt ein Viecher angelaufen Das war nur ich Wahnsinn Das hier ist die Mitte So Noch eins Alter Dieses Bausystem Hat mir so fertig, ne? Wahnsinn Deswegen ist es immer scheiße Gleich mit den Blöcken zu sitzen Eins Zwei Drei Vier Eins Zwei Drei Vier Und dann sind es Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben Acht Zehn Zwei 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 Acht Acht Zwei Zwei Drei Vier Eins Zwei Drei Vier Okay, hält. Gut. Eins Zwei Zwei Vier Achso, hätte ich gleich stimmt. Ich habe ja schon. Zack Zack So Jetzt hat man hier schon mal eine Grundfläche. Dann haben wir Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs. Abstand hier Hier habe ich glaube ich scheiße gebaut. Das muss ich wahrscheinlich nochmal weg, weil ich habe hier was anderes vor Gut, dann Dann können wir die Fläche hier aber schon mal Fertig machen Das hält soweit. Okay, sehr gut Sehr schön Perfekt Okay, das passt soweit. Sehr gut. Ist ja schon mal gut Ich überlege, ob man dann irgendwie Weil hier unten noch so ein kleines Pateau ist Ob wir da zum Beispiel dann die Beete oder sowas hinmachen Praktisch so eine Treppe nach unten, um da die Beete zu setzen Aber da können wir dann mal gucken Aber ich sehe schon, wir haben schon wieder Massivst überzogen Kann ja gar nicht wahr sein Deswegen würde ich jetzt Hier an der Stelle Beenden An der Stelle beenden Ich glaube ich will da noch was anderes machen Würde hier an der Stelle An der Stelle An der Stelle beenden Und würde Ja, noch ein bisschen weitermachen So dass wir uns dann morgen Früh sehen Und dann endlich mal wieder ein paar Quests machen Kann ja wohl nicht wahr sein Weil wir haben ja hier Fertigung Achso, stimmt Wir haben ja hier Ach Quatsch, das ist ja die Quest hier Von dem Ding hier Wir haben ja hier Vom Genau Wir haben ja hier die Quest hier Die müssen wir mal machen Genau, die machen wir dann morgen Gut, okay Dann Würde ich sagen Danke euch herzlich Wenn ihr mit dabei wart Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Ich wünsche euch was Das sieht so geil aus Tschüss Geilo, meilo Das ist ja auch die ivers Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.